und ein herzliches willkommen zurück auf einer weiteren suche am 14 mai 2022 mit mir von der youtube platz besser sowie bei pokémon technics auf den antenne switch gegen und jetzt wo mein ausstiegs gegen gruppe b4 spanien viktor und blieb unkel schauen wir mal keine ahnung wir werden sehen wie es endet jetzt bin ich wieder angespannt es war tief ein was 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 Okay. 1 0 bei dem weiß man einfach nicht wo man ist sehr schrecklich ein 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 1 schade 2 0 war ja klar, ich meine wir sind in der Aufstiegsrunde muss ja versaut werden gut, 2 1, thanks trotz allem I hope I see you again ich mag ja solche Herausforderungen von daher muss natürlich nicht unbedingt in der Aufstiegschance sein aber warum auch nicht ok, ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Kampf wieder der ging jetzt wieder etwas schneller ja, bis zum nächsten Mal euer von euer YouTube Let's play es als Hobby bis dann, tschüss